Herzlich Willkommen im Eiskaffee Dolomiti. Wir sind seit über 40 Jahren fester Bestandteil in Hornbad Mainberg und verwöhnen unsere Gäste mit hausgemachten Eiskreationen für Jung und Alt. Unsere bunten Spezialitäten bereiten wir nach original italienischen Rezepten zu, natürlich immer mit frischen Zutaten und direkt vor ihren Augen. Neben den üblichen Eissorten wie Vanille, Schokolade und Stracciatella ist das Dolomiti berühmt für seine außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen. Ob Krokant, Champagnetrüffel, Drachenfrucht oder Cassis, wir bringen Sie auf den Geschmack. Genießen Sie Kaffeekuchen und köstliche Eisbecher im Innenraum des Cafés oder bei schönem Wetter in unserem gemütlichen Biergarten. Sie möchten sich persönlich vom Mediterran-Flair im Eiskaffee Dolomiti überzeugen? Dann schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 진 32 44 45 41 Untertitelung. BR 2018